Jo, was geht ab meine G-Gos und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video seht ihr die FNCS-Highlights, die gestern stattgefunden haben. Es waren ein paar sehr geile Runden dabei, die ihr aber auch auf jeden Fall in diesem Video sehen werdet. Kurz vorab, bevor das Video startet, falls ihr noch kein kostenloses Follower auf diesen Kanal dagelassen habt, macht es gerne, denn wir stehen kurz vor 2000 Abonnenten, die im Video auch natürlich einen Daumen nach oben geben. Ansonsten, falls ihr sowas mal live nicht verpassen wollt, folgt mir einfach auf Twitch. Auf Twitch heiße ich SanenXY. Trag doch gerne meinen Creator-Code ein für den ultimativen Support. Ansonsten würde ich nur sagen, genug gequatscht. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Video. Abfahrt. Nein, nein, nein. Warte, jetzt, 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 jetzt. Scheiß ich. Okay, jetzt bist du rüber. Pass auf dir in deinem Haus drauf, okay? Wir müssen es auch machen. Ja, Cherry. Können wir haben. Bro. Oh mein Gott, was passiert? Ich habe da bekommen, keine Ahnung. Hier sind Clues, ist noch mein Buddy, ein Klopper. Wir müssen halt hier so. Kann ich schweißen? Naja, ich werde dort gehen. Ja, genau da. Mach am besten Low-Fat oder so. Ich weiß ja nicht, ob das, wie im F ist komplett. Jeder am besten irgendwo, genau. Das ist vielleicht's Keeper. Du hast auch noch relativ märzend, aber du musst gleich saunen wieder. Warten wir noch. Kann's gut bauen. Zack, maybe, maybe komm zu ihm. Zack. Zack. Metz. Plus, cap metz. Hop. Zack. Muss den Hero. Und küsst. Nice. Das ist dann ja. Sehr gut. Der Rest da unten raus, weil das ist der. Genau, da. Da. Sehr schön. Metz. Ja, hast du capped. Fast. Du hast 1000 Metz. Der die? Ja. Nice, der schon. Er ist gleich los. Nein. Beim nächsten, nein, mach noch nicht. Erst wenn du nochmal rotatest. Dann rotatest du fucking nicht. Das ist besser. Wir versuchen, dass jemand noch mehr ergeben wird. Okay, los geht's nicht. Dang. Diese kleinen Wichse auch fighten. Obst, kannst du nicht bauen? Hast du noch drei Flopper? Es sind nur drei so nur, äh drei nur. Mets? Was ist noch Frick? Nein? Du hast 1000 Mets. Äh, 600. Ja, Mann. Ja, trotzdem gute Runde, gute Runde, gute Runde. Alles gut. Hier ist ein Fass. Und du bist. Anschluss. Du kannst theoretisch mitnehmen, soll ich? Was? Ich schwöre auf alles, die Hacken oder so. Boah, einfach, er würde sich schieren. Er war, er ist low. Boah, 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 boah. Und slap. Wir sind so dumm, Dicker. Ich schwöre auf alles. Was? Ah, ich schwöre. Ich schwöre. Ey, Dicker, woher kam der Abad? Die ganze Lobby war dort, Dicker. Ich weiss auch nicht. Ja, das sind Gegner. Haben wir die beiden? Ich bin confident. Ich bin moment. Das ist raus. Warte, warte, ich kenn ihn. Der unten bei dir ist, das war eigentlich nix. Komm, 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 ich hab nix. Wer ist jetzt, oder? Ich glaube ja. Kein Pump in der Hand. Einfach reinjumpen. Warte, ich place ein Cone da drin. Ich place Wall, okay. Ey, man kann hier keine Wall bauen. Komm raus, komm raus, ich bin low. Ich bin dead. Mein Gott, man konnte keine Wall bauen. Ich hab mich so erschrocken, ne? Guck hier, guck hier, mach auf, komm. Cone! Ich kann nicht schießen, dead. Wir könnten full runterlaufen eigentlich nur in unserer Box. 100, 100, 100, 100. Ja, chill, ich komm mit dir, komm mit dir. Komm hier lang. Ne, geht nicht, wir müssen hier raus. Komm, komm, komm. Ja. Komm, Logan, komm, komm, ich baue ein bisschen. Alles gut, ich bin chillig. Komm hier hoch auf den Berg. Pass auf, wie bei dir. Alles gut, ich bin chillig. Ich bin in dir. Wir müssen noch bisschen rein. Komm, wir können laufen. Alter, dieser kleine Wichser. Wir sind in Sonja, komm her. Ist bei mir. Okay, du folgst mir einfach, okay? Ja. Da ist der kleine Wichser oben mit dir drin. Komm. Ist bei mir. In meiner Box, full Box, 100. Dead, dead. Solo. Nein, Papi, juice, Papi. Papi, juice. Oh, sorry, sorry. Alles gut, lass mich weiter bauen. Komm hier, nein, nein, komm, Mini. Komm hier raus, unten, 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 bei mir, bei mir. Ich muss irgendwie alleine als Solo hoch. Dead? Das kannst du mir. Ich bin, ich bin ein guter Layer. Ich bin ein guter Layer, Mini. Ich komm. Ich werde full piece oder so. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe keine Mets, weil du musst zu mir. Die wollen mich jumpen, Bro. Die wollen mich jumpen. Ich bin dead, Bro. Also wirklich. Was passiert da? Die ganze Lobby geht auf mich, Bruder. Kurze Unterbrechung. Und zwar, falls ihr noch kein Like da gelassen habt. Jungs, macht es gerne. Dauert eine Sekunde. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall riesig unterstützen. Ich küsse euer Herz. Viel, viel Spaß weiterhin mit dem Video. Ich weiß nicht. So ein Solo sehe ich gerade. Ich sehe nur einen Step. Ist ein Solo, ja. Geh aber trotzdem nicht rein. Nicht reinjumpen. Nee, nee. 180. Blut. Wie viel Metal suche ich ab? 1, 4, 5. Ich kann taten full. Bitte. Okay, nimm. Nimm, nimm. Ich brauche kein Metal. Ich würde sogar jetzt schon runter gehen. Wir claimen no gun. Komm, komm, komm. Ey, wir gehen dann raus durch, ja? Ja, ja. Wir gehen mit dem Berg oder so gehen. Komm, komm, komm. Komm. Komm, du musst einmal mit mir kommen. Direkt kleben. Ja, wir machen. Biggi schnell mit. Hast du ja auf wegen treppen. Ja. Mach durch, mach durch. Mach mit mir. Komm, du musst einmal mit mir kommen. Direkt kleben. Kleb ran. Sauern geht bis nach rechts. Noch ein Biggi. Komm! Wir sind insom. Wir sind insom. Komm, komm! Du musst einmal sticken. Okay, dann geht's hier lang. Ja. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich muss ein bisschen... Bin? Ich tapp ein bisschen so, okay? Ja. Wir nennen hier. Splash einmal. Okay, Max. Danke. Guck, ob du maybe Refish kriegst. Oder, ähm... Pass auf. Hab bei mir nichts, okay? Ja, hab auf. Durchsaus, durchsaus. Wir brauchen Technik, vielleicht noch Cap-Metal. Einfach durchsaus. Komm, 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 komm. Ja, guck mal, Mini, vor mir. Oh, meine Box. Stellet. Musst du schirren? Ich gebe Big. Kannst du fort tappen? So, und geh back, so und geh back. Ein bisschen hoch. Das ist echt cool mit dir. Ja. Ich tank uns bis in Zone, okay? Ja, mach, 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 mach. Ich versuche das hier zu playen, weil man kann da nicht wohnen. Ab, 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 komm, komm, komm. Ich bin weg. Ey, du hast mich ausgebaut, Mini. Mach's auf. Mach's auf. Mach's auf. Mach's auf. Ja. Du musst zu mir kommen, ich werde an den Zone sterben. Wo bist du? Ich muss full splashen. Bin bei dir, bin bei dir. Komm, komm, keine Mets, keine Mets, Mini, keine Mets. Komm, komm, komm. Hier. Hast du Green knife? Ab, komm. Okay. Schau uns. Wo geht Zone hin? Ah, fahr, fahr, fahr. Komm, wir müssen hoch, komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Schau, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ja, da. Wir müssen hoch. Ja, da. Roll it, speed it. Komm, komm, komm. Du musst Zone tanken oder so. Ich bin oben. Ich bin auch oben. Komm, komm, komm. Spray hey, Spray hey, Spray hey. Spray hey, Spray hey. Spray hey, Spray hey. Spray, Spray, Spray. Spray, Spray, Spray. Spray, Spray. Geh auf, fight, geh auf, fight, geh auf, fight. Full box, full box. Deadly dead, one pound. Was ist los? Ich hab Madness, ich hab Madness. Ich hab alles in Green knife. Geh in Zone. Ich muss Madness gönnen. Mach du Heal off, okay? Hier, hier, Madness, Madness. 1 B2. Du musst Heal off machen, okay? Ich jump ihn. Was hast du alles in Green knife? Was hast du alles? Was hast du alles? Ich hab einen als bei 0. Okay, ich jump rein, okay? Nein. Erste halt, deiner, deiner. Let's go, Dicke. Ruhig, Madness, Dicke. Ihr seid die Besten. Ruhig, Madness, auf den billigen Plätzen. Rollen Surge, wir werden dead gehen. ich habe ihn so geballert er wollte mich ich hoffe die sprayen mich nicht seid bitte einfach nicht dumm jungs ich lasse euch auch in ruhe ich muss bauen ich schwimmen nicht ich baue mein ganzes holz ich muss aufs berg gucken ich bin mit dir 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 hast du lab oder so nele ich bin full dead glaube ich warte mal wenn ich das überleben von der unbank ich habe überlebt du musst du mir kommen bist ein paar boxen bei mir Ja, ich geh mit Biggie. Ein noch, ein noch, ein noch. Hab kein Spare, oder? Okay, Chef. Ich hab nur noch drei Minis. Minis, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich bin fliegen. Oh, der Spiegel ist jetzt, wohn, 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 wohn. Hör raus, hör raus, wo ist der? Ab. Komm rein, komm rein. Er hat Flips. Wie viele? Ein, zwei. Wir müssen los, wir müssen los. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bist du bei mir? Ich fanzle dich, ich fanzle dich. Ja, ja, ich geh solo, okay? Mach, mach, mach. Ich bin hinter dir, aber mit Amt schon. Alles gut. Ich bin voll mit dir. Es ist so am lagging. Ja. Ich geh full loggernd, okay? Ich geh full loggernd. Bin mit dir, bin mit dir. Komm, full loggernd, Mini. Ready? Full loggernd, full loggernd. Ich tap rein, okay? Ich tap rein. Krass. Was? Team. Schau drauf, komm, komm her, komm her. Schau drauf. Kann ich raus, komm raus, komm raus. Ja, ja. Komm raus, komm raus. Ich muss fliezen. Ich lebe, ich lebe. Ich bin auch in den Zaunen, aber Schau'n, wo bist du? Zaun geht Fahr, du musst zu mir kommen irgendwie. Ich geh mit Handschuhen. Ja mach 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 mach. Ich bin 1 AP. Musst du schielen. Ich hab 300 Mats Mini. Du musst Baby so durchspielen. Meine Box ist gejumpt. In meiner Box. Ja zwei Leute in meiner Box. Geh in der Cone oder so. Okay nice. Wie lange hält das? 30 Sekunden oder so. 20 Sekunden. Ich find das so witzig. Ne du musst auf Werk. Sobald Handschuhe weg ist. Gehst du in der Cone okay? Ja. Oder gehst du aus maybe? Schade. Egal Top 8. Top 8 in Sonnenlobby ist richtig fein. Das war es aber auch schon mit den guten Runden. In den letzten 5 Runden sind wir einfach nur Early gestorben. Haben gefühlt gar keine Punkte gemacht. Naja was soll's. Wir haben den Cup richtig richtig gut angefangen haben. Richtig stark nachgelassen. Trotzdem hoffe ich doch, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr ja lasst gerne ein Abo da. Lass gerne ein Like da. Kommentiert gerne das Video. Und ansonsten würde ich sagen. Genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Weithing und Garnenden Abo Glock Glock Glock